Debs erhält eine Aufzeichnung von den Theaterhaus Jays Tagen 1990. In der Rockszene ist Mike Manieri seit langem ein gefragter Typ. Er schrieb für Don McLean und Paul Simon, arrangierte für die Dire Straits. Seit einigen Jahren macht der Vibraphonist mit seiner eigenen Band von sich reden. Steps Ahead heißt sie und ist ein spannendes Fusion-Vehikel, voller Melodieideen, rhythmisch enorm auf Zack und mit dem kühlen Saxophon des Norwegers Bendig raffiniert auf Wirkung angelegt. Auf dem Theaterhaus Jays Tagen 1990 waren Steps Ahead der große Renner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Thank you, thank you. Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 Musik 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 Musik